Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession bei The Evil Within. Yeah, wie lang es sein wird, weiß ich noch nicht, aber werden wir schon sehen. Gut, wir sind hier wieder im Safe-Raum-Welt, wie auch immer, also in unserer eigenen Ehrenanstalt. Und, ja, ich glaube wir haben im letzten Part, glaube ich, haben wir schon gelernt und alles. Ja, ja, mit 100 Kreis mal nix viel. Das heißt, wir können abhauen. Gut. Munitionstechnisch, ja, geht's vielleicht. Kommen wir vielleicht ein bisschen weiter. Noch, ich hoffe, ja, ich hoffe wirklich, dass wir das Spiel schaffen können. Ich bin ziemlich verschwenderisch, was Munition betrifft, glaube ich. Es ist auch schwer, das Ganze, zu meiner Verteidigung vielleicht. Und, ja, die Gegner sind auch schwer, aber ich hoffe, dass wir das Kind hier schaukeln können und werden. So, warte mal, ich bin vorbeigelaufen. Stimmt, kleine Orientierungsprobleme. War das jetzt hier? Na, war schon da, ne? Ja, die haben wir umgebracht, sonst hätten sie mich schon angegriffen. Na, war schon, hier lang. Alles gut. So. Na, Fisch. Ähm, gut. Zack. Hallo. Ich sollte die Türe vielleicht sanft eröffnen. Ja. Alter Lampe. Ich bin schon wieder voll angespannt. Ja. Also, es ist für mich schon wieder einen Monat her, dass ich das letzte Mal gezockt habe. Ähm, ja. Ja, diesbezüglich stelle ich mich wahrscheinlich wieder etwas dämlich an, aber ich hoffe, das Beste. So, was haben wir hier? Spritzis. Gib her. Spritzis. Ja. Eine halt. Eine Spritze. So. Hat ausgeschaut wie zwei. Schluck. Ich hätte es nehmen sollen. 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 Ähm, C. Ich bin nervös. Ah. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Schieß auf. Mit Feuer scheint es zu gehen. Ach so. Die ist hin. Echt? Echt? Echt, die ist hin? Alter, ich betriffe gerade der Schlag. Echt? Ist sie weg oder ist sie hin? Mich trifft das. Ey, was denn? Alter. Okay. Das ist ein Fleder maus. Ähm, trägt die da was? Super, ich trägst die super. Warte, ich muss das ein bisschen anpassen vielleicht. Yeah! Und was hat die Gute da jetzt? Eine Statue. Für? Wozu? Ähm. Muss ich die jetzt auch zusammenhauen? Tatsächlich. Okay. Ein Schlüssel. Subi. Gut. Schlüssel gefunden. Ach, Scheißdreck. Hatten wir die Tür schon gefunden, wo der Schlüssel reingehört? Wahrscheinlich, ne? Der hier. Äh, warte. Äh, was? Oh je. Ist die Alte da durch? Oh mein Gott. Aha. Ist schon wieder soweit. Ich muss mal schlucken. Ich verbrenne den Leber. Ah, das tut schon wieder so schierig im Kopf. Das heißt, wir müssen uns wieder mit dem Typen da auseinandersetzen, oder wie? Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh mein Gott, das will. Ich werd verrecken. Kann ich da rein? Äh, wie kriecht man nochmal schnell? Ja. 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 Okay, die kann rein. Ich dachte... Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Leertaste? Was war da? Aha, Munition. Ah, ist schon wieder müde. Ich werd sterben. Ich werd jetzt wieder rausfinden müssen, was ich hier machen muss. Ich hab nämlich keine Ahnung. Ich glaub auch nicht, dass ich da so ohne weiteres... Leertaste. Da wär wieder... Aha. Leer, voll. Ähm, da geht's rauf. Okay. Leertaste. Äh, der wische wieder nix. Aha, da geht's hier runter. Äh, Leertaste. Hey, duck dich. Duck dich. Du Krüppel, duck dich. Ähm. Leertaste. Nimm's. Um Himmels Willen. Äh, das wollte ich aber mir. Ich steck fest. Und das kann nicht laufen. Ich sterb jetzt. Ähm. Ich hab grad überhaupt keine Ahnung, was ich machen muss. Ach so. Aha, die Leute sind's, wo sie sparen kann, oder was? Also auf gut Deutsch. Ich müsste sie jetzt besiegen, oder was? Leertaste. Ah. Geh zu wieder, bitte. Ich sterb sonst. Wow. Wow. Gibt's da zufälligerweise auch einen Hebel? Nö, ne? Na. Aha, okay. Das heißt, sie muss in die andere Richtung laufen. Da ist schon was zum Nehmen, eigentlich. Da ist schon was zum Nehmen, eigentlich. Ne Fackel. Ich zünde die nochmal an, die blöde Kuh. Aha. Ich versteh schon. Aha, okay. Rauf geht's so quasi nicht, ne? Aha. Mhm. Ich wollt's nochmal probieren, ne? Aber die ist schneller als ich, okay. Mhm, 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 mhm. Jaja. Boah, ich hasse diese Alte. Muss ich ehrlich sagen. Okay, wir haben das Fass. Wir haben zwei Fackeln. Boah, ich hasse die Alte. Ich schwitze gerade. Boah, jetzt auch weg. Leertaste, jawohl. Verbrennen. Laufen. Ein bisschen zumindest. Dann, Leertaste. Umdrehen. Wo ist sie? Die Stücke vielleicht noch brennen. Da, du ich. Das, das hätten wir schon mal. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Achso, dann kann man treten. Haha. Lol. Da hat er drüben bisschen. Das Fassel ist nicht da. Ja. Was machst du, du hässliche Alte, Schatt? Meistisch hier. Hm. Ich versuch mal mein Glück, ne? Ja, sie kommt nach. Ich sehe es leider noch, wo sie schon drühe ist. Ja, ist sie. Oh, da kommt sie noch mal. Aha. Das ist halt die Frage, wollte ich sagen. Die verträgt da. Sind das jetzt mehrere? Oder ist das jetzt eine? Oder? Wie haben... Wie, 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 wie... Achso, ich hätte müssen. Ja, wurscht. Na, wurscht. Das ist grad nicht. Das ist bohren, die wahrscheinlich so oft, wie da hier Leute sind, ne? Aha. Ja, ja. Da hätte ich, ähm... Wo ist die Leiter? Da geht es weiter. Du bist zu hässlich. Du bist zu hässlich. Ah! Ah! Und tschüss. Puh. Also wirklich. Jetzt kommt sie dann noch mal. So, geht die Pistole? Na, natürlich nicht. Ach, scheiße. Wie ist denn das jetzt gegangen? Wir haben... Eine Errungenschaft. Burn, 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 burn. Burn, baby, burn. So. Yay! Wir haben sich besiegt, die blöde Kuh. Na, so muss das ausschauen. Ah! Wie schön! Na, du blöde Mist, Ekel, Funzen, Depperte. Wow! 8000 haben wir gekriegt, ne? Habe ich das richtig gesehen? Cool! Und das heißt, wir haben jetzt Ruhe. Das heißt, wir können uns da so ein bisschen umschauen und Sachen mitnehmen. Ey, wir sind ja echt cool. Wir können das. Wir können das. Wir sind mal cool. La, da, da, da. Aha, da bin ich voll. Da geht's weiter, ne? Wahrscheinlich. Gab's hier überhaupt noch Sachen? Ich bin mir gar nicht sicher. Ob wir nicht eh alles aufgehoben haben. Wenn, wär's nicht viel gewesen. Aber wie heißt es so schön? Wer das Kleine nicht ehrt, ist das Große nicht wert oder so, ne? Dopp, dopp, dopp. Aber ich glaube, wir hätten's, ne? Hui! So. Ja. So, klein, schön mal, schon mal zu Beginn, ne? So einen kleinen, so einen kleinen Nervenaufreiber, das, das braucht man immer. So, ähm. Ich glaube echt, dass wir's hätten. Jetzt wär so ein Safe-Raum nicht schlecht. Zumindest ein Speicher-Dingens. Ach, nö. Wasser. Ach so, ist nicht tief. Streichhölzer, die kann man immer brauchen. Ja, Kontrollpunkt. Gott sei Dank. Kontrollpunkt. Was zum Teufel ist denn das jetzt schon wieder für ein Schiff? Nach Hause. Nach Hause. Die Krankenakte des Probanden führt Entwicklungsstörungen, eingeschränkte Kommunikation und soziale Kognition, sowie repetitives Verhalten auf. Synesthesie-Anzeichen berichtet. Die Anlagen weisen auf erhöhte Empfänglichkeit externer Stimuli und hohe strukturelle Anpassungsfähigkeit hin. Könntest du das sein, wonach ich all die Jahre gesucht habe? Direkt vor meinen Augen. Unglaublich. Kein Zweifel mehr. Dieser ist... kompatibel. Schluck. Mami. Was im Teufels Namen? Matterbrain. Ja, ist sie recht. Ist sie recht. Ich werde verreckt. Okay. Ich will hier weg. Kann man hier irgendwas machen? Außer im Kreis zu laufen. Gibt es hier eine Nahkampfwaffe. Na, da geht nix. Oh Mann, ey. So, das muss man ja wissen. Ist der jetzt ein Unsichtbarer auch noch? Ist das ein Benzinkanister gewesen? Da gerade eben? Oh nein. Jaja, ich werde verrecken. Okay, es war Kontrollpunkt immerhin. Muss ich schon zufrieden sein mit dem Kontrollpunkt. Aber wie komme ich da jetzt weg? Ich würde mich gerne irgendwie... irgendwo mal... ja, verstecken können. Wow. Wow. Was? Äh, in... Was? Entfernen? Was entfernen? Hä? Ich habe auf C gedrückt. Was entfernen? Was entfernen? Da war irgendwas mit C. Was will er denn entfernen? Also, von den Viechern? Geht nicht. Oh Mann, ey. Mann, das ist wieder übel. Das ist wieder ganz, ganz fies. Was? Was bitte will er denn entfernen? Nein, ich triffe nichts. Ich stecke irgendwo fest. Was? Was will er denn entfernen? Und was ist mit dem? Irgendwelch das Gefühl, ich laufe ganz, ganz langsam. Okay, das ist nichts. Ja, ich verrecke jetzt einfach mal. Komm, bring mir um. Das geht so nicht. Ich muss da, ich muss da, ähm, ja. Ich muss schauen. Entfernen. Was will er entfernen? Er macht nicht mal was zum Entfernen. Keine Ahnung. Muss ich vielleicht näher ran oder so? Ach, der Part ist auch schon zu Ende. Boah. Ja. Äh. Was in Teufels Namen? Ja, das hatten wir schon. Das ist Mother Brain. Wissen wir schon. Gut. Ach so, der Kampf geht gleich los, ne, oder was? Okay, ich kann wenigstens so kurz anhalten. Dann würde ich sagen, ähm, werden wir den Part beenden. Und im nächsten, ja, ähm, probieren wir mal hier weiterzukommen, ne? Gelingt mir ganz, äh, famos. Ach, Mann. Na gut, ihr Lieben. Wenigstens haben wir diese langhaarige, blöde Kuh, äh, besiegt. Und ich hoffe, dass wir die drei hier auch bald down kriegen. Yo. Somit bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, je nachdem, wie ihr das Video hier schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.